Geil, Alter. Hahaha, bin ich behindert. Mahlzeit, Leute! Was geht ab? Wie saß das wieder runter? Rübex! Und ja, ihr habt den Titel schon gelesen. Kürzester Motorvlog der Welt. Da werde ich mich auch dran halten. Also ich hoffe, dass das so ist. Ich wollte nur ganz kurz was sagen. Denkt dran, Leute. Diesen Sonntag am 29.04. 14 Uhr. Abo-Treffen von mir. Kommt alle vorbei. Adresse blende ich jetzt nochmal ein. Tollwitzberg. Der Parkplatz da. Parkplatz Tollwitzberg. Keine Ahnung. Ich blende das einfach nochmal ein. Genau. Das wollte ich nur nochmal gesagt haben, Leute. Kurzes, schmuckes, schmackes Ding. Könnt ihr so zwischen der Mahlzeit mal reindrücken, das Ding. Schmeckt lecker. Von daher, Leute. Mehr wollte ich auch gar nicht. Mega geiles Video, oder? Das zu schneiden dauert, keine Ahnung, 10 Sekunden oder so. Alles leider noch. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es nicht gefallen hat, lasst trotzdem einen Daumen nach oben da. Habt ihr mich zum ersten Mal gesehen. Schämt euch an den Grund am Boden. Abonniert sofort meinen Channel. Daneben ist eine Hugenglocke, die sieht so aus. Genau, drücken. Dann erfahrt ihr immer, wenn ich ein Video hochlade. Oder ein Livestream mache. Oder irgendein anderes Scheiße mache auf YouTube. Von daher, Leute. Ich saß das raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao.